Für eine sichere Fernwärme- und Wasserversorgung und für den weiteren Ausbau des Telekommunikationsnetzes arbeitet die Salzburger an den Versorgungsleitungen im André-Viertel. Rechnen Sie in der Paris-Lodron-Straße während der Arbeitszeiten mit Einschränkungen des Individualverkehrs bis Ende August. Ab jetzt gibt es eine Monatskarte, mit der man so oft wie man will mit der Festungsbahn oder dem Mönchsbergaufzug fahren kann. Der Mönchsberg bietet viele Möglichkeiten für einen Ausflug, das Ticket kostet übrigens 16 Euro. Eintrittskarte ist gleich Obus-Ticket. Bei vielen Salzburger Veranstaltungen können Sie gratis mit dem Obus an- und abreisen. Die Eintrittskarte wird zum Obus-Ticket. So kommen Sie beispielsweise gratis mit dem Obus zu Veranstaltungen in die Salzburger Arena, zu Messen ins Messezentrum, zu Spielen des FC Red Bull Salzburg, aber auch ins Landestheater oder zu verschiedenen Bildungseinrichtungen. Alle Informationen dazu finden Sie wie gewohnt auf unserer Webseite oder auf unserer Facebook-Seite.